Ich bin sehr froh, dass wir jetzt hier euch unser Senso-Studio mit einer kleinen Matte in drei Teilen zeigen können. Also ihr könnt im Prinzip wählen, wollt ihr kurz, wollt ihr es ein bisschen länger oder wollt ihr es heute richtig wissen. Von daher viel Spaß. Es sind einige... Und wieder zurück. Dorsiflexion, Plantaflexion. Und wieder hoch, Fersen vor und wieder zurück, zurück. Letztes Mal und geschafft. Die vier Sektionen des Fußes. Sektion 1 ist die Ferse. Darf ich dich als Body nehmen? Die Nummer 2 ist das Gewölbe. Die Nummer 3 ist der Fuß selbst. Der Fußballen, große Ballen, kleinste Ballen bis dahin. Und dann die Zehen, okay? Es fällt jetzt die Nummer 3 nach vorne. Zieh wieder über das Gewölbe Nummer 2. Lange Zehen. Lifte dich hoch. Hier noch ein bisschen mehr die Schlüsselbeine in die Weite. Po rausgestreckt. Jawohl. In eurer normalen Lordose. Und lösen. Ihr seht, wie da im Prinzip das Wachsen ist. Das sind die...